willkommen mal wieder und zu folge 10 von outlast trials diesmal momentan noch zu dritt stahl und stone sind dabei erst mal schön am rutschen so solange wir nur zu dritt sind machen wir dann jetzt hier von programm 3 einmal die füttere die kinder mission so ein gesunder körper sorgt für einen gesunden geist versorge die kinder mit der ernährung die sie verdienen also wird bestimmt was leckeres sein ja dann gehen wir mal rein würde ich sagen wir haben 18 sekunden hat noch ein 10 sekunden gesagt ja wird auch langweilig ja es gibt nicht noch wir sollen noch 8 es kommt kommt wird ich war das nicht so zu stören was war 80 180 Sekunden um die Trau zu ändern nee das sind immer nur 20 Sekunden also das erste Prüfung vorbereiten und dann Ach, beim Rausgehen hast du auch Sekunden, um rauszugehen? Ich glaube ja. Okay. Irgendwo hat man 180 Sekunden. Irgendwo. Wenn du besser willst, musst du das Arbeit machen. Ich kann dir nicht nur erklären, wie du eine andere Person zu werden. Du musst in die Klinik sein. Du musst die Trennungen in dir lassen. Boah, immer dieser Ton, ne? Ach stimmt, die Szenen waren ja hier. Die hatte ich beim letzten Mal rausgeschnitten. Aber nochmals, es ist wirklich für Early Access. Nein, es ist der beste Spieler vom letzten Hauptjahr oder so. Ja, also dafür, dass es wirklich Early Access ist, ist es wirklich hammergeil, ne? So, hier müsst ihr auf jeden Fall wieder bereich sein, den wir nicht kennen, ne? Ist halt wenig Bugs auch. Ja, das stimmt. Wenig Bugs bisher. Der hat nix da. Oh, da ist ein Ziegel. Poster. Oh. Ach, geil. Ja, ich finde, das haben sie schon geil gemacht, ne? Auch wie das von hier drin aussieht und so. Ja. Ja, gut, dann wollen wir mal rein, wa? Oh, oh, oh. So, was ist unsere Aufgabe? Gesammelte Poster 1 und 5. Also, wir haben unsere Aufgabe noch gar nicht. Oh, nein. Ich finde das ja so voll creepy, ne? What the fuck? War Bambi schon mal? Ne, das ist so ein Bereich, den kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Ah, die kriegen hier, guck mal, hier sind so Sprinkleranlagen. Darüber kriegen die Essen. Ich habe Medizin auf dem Tisch. Hast du das Essen gesehen, Mann? Die ist es. Ja, die hat schon reingehauen hier. Die fragt vorhin eine zweite Pusher. So, Soup of the Day. Ach, du Scheiße. Ja, wer möchte da nicht eine zweite Portion? Okay, hier ist ein Hebel, den wir ziehen können. Sind hier noch irgendwelche Items oder so? Hier ist noch eine Flasche. Batterie. Ich sage mal, ich ziehe einfach mal, ne? Ja, ich ziehe. Okay, koch die Suppe des Tages. Oh, hier. Hier, hier, hier. Hier ist Soße. Alter, was, was haue ich da? Aber ich haue, Bleiche haue ich da rein, ne? Oh, oh, da geht die Tür jetzt auf. Oh, beide Türen, ne? Okay, wir müssen insgesamt fünfmal Bleiche, einmal haben wir schon. Oh, holy fucking Christ. Donald Duck war da und die hat explodiert. Okay, der hat nur eine Flasche. Warum sehe ich noch keine Gegner? Okay, ich habe eine Vorrichtung gefunden, also so eine Vorrichtungsaufladung. Jetzt kann man sich verstecken. Okay, ich versuche erstmal ein bisschen Stealth zu geben, glaube ich. Ich höre hier irgendwen. Gerade Bleach. Aber... Also die Minen, die kann ich eigentlich nur kaputt machen, ne? Da könnt ihr ja selber gar nicht reinlaufen, ne? Nein. Nein. Ich habe noch ein Poster. Oh, bleib mal ruhig, bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Habt ihr schon irgendeine Bleiche gefunden? Ne, noch nicht. Warte, wussten jetzt mein... Ach, hier ist eine Tonne. Oh, shit. Ja, ich sehe den zweiten Bleiche. Vielleicht kann ich den ablenken. Okay, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Okay. Ich wurde auch gesehen. Vielleicht deckt er mich gerade. Okay, ich hau die zweite Flasche rein. Ist drin. Wo seid ihr überall? Oh, shit. Ich bin hier. Ich kann... Ich hieß leider... Oh, der kommt hoch. Fuck. Wie kommt er jetzt immer auf uns zu, oder was? Oh, da hinten, da hinten. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, ich glaube, das hatte gehört. Und das hatte auch gehört. Hat auch überall gehört. Ah, hier ist was zum Wiederbeleben. Ja, mir geht es nicht. Also ich habe jetzt das Wiederbelebungswerkzeug. Oh, da geht es um die Kaffeterie. Ah, hier ist Adrenalin. Ich glaube, wenn du Adrenalin reinhaust, dann kannst du mit so einer Flasche schneller laufen. Was ist denn? What? Was ist das denn? Siegel gefällt mir glaube ich besser. Das ist da, wo ich gerade war. Habt ihr noch was gefunden bisher? Ne, ich komm nicht weiter. Wie gehts da da unten? Ich geh mal nach oben. Ah, der ist unten. Okay, Stone ich bin jetzt hier bei dir. Ist hier irgendein Gegner? Ja, der läuft einer rum. Aber die ist so... Aber immer noch keine. Oh shit. Ey, das gibt es nicht. So, komm schon, komm schon. Wo ist... Oh, da kommt jemand. Da kommt eher eine. Ah, da kommt hier in unsere Richtung. Oh, hier ist es einfach komplett dunkel. Hier oben ist es komplett dunkel. Ja, da wo ich... Ich glaube wir sind jetzt hier irgendwie in der Nähe der Duschen oder irgendwie sowas. Hier ist auch komplett dunkel. Der... Der... Wie heißt das? Von Nehrung. Ah, das ist so ein Psych... So ein Psychosentyp ist das. Ich kann leider kein Ziegel aus dem Schrank werfen. Das wäre nice, um ihn abzulenken. Ja, genau. Geh weg. Ja, genau. Geh weg. Pass auf, hier läuft nur einer rum, ne? Jetzt sind die weg raus. Ah, ich habe noch eine zweite Flasche. Ich weiß nicht, wie... Ah, okay. Ich kann hinten, glaube ich, die Entriegelung aufmachen. Okay, also ich versuche jetzt mit der zweiten Flasche da hinzukommen. Stone, du bist das hier, ne? Mhm. Ah, okay. Ist kein Verräter. Hä? Wo sind wir denn... Ach, Dokumente? Ja, du sagst auch nichts, ne? Ja, ey. Ach. Hey, ist das hier... Ich muss jetzt irgendwie wieder zu dem Kochbord kommen. Okay. Also, dritte Flasche habe ich jetzt und hau rein. So. Ich finde einfach diese Flaschen nicht. Ja, das ist schon ziemlich nah, musst du sein, ne? Also, wenn da hinten eine Flasche ist, dann ist vielleicht hier auch eine. Okay, irgendwelche... Er ist ein Lockpick und ein Antidot. Oh, da draußen ist ja auch da draußen so ein fetter Typ. Okay, hier ist nichts. Wenn Doppelgänger ist da. Hä? Was? Wenn Doppelgänger ist da. Doppelgänger ist da. Ach so, man... Ach so, okay. Warte mal, aber... Wenn wir hier... Wenn hier nichts ist, ne? Ja? Dann kann ja nur bei Stahl noch was sein. Hier ist noch ein Lockpick, wenn... Ja, ich sehe ganz viele Lockpicks, aber bisher nichts, wo ich das irgendwie aufmachen kann. Ne, da kommen wir nicht raus. Was? Machst du gleich aus. Kann nicht sein, ey. Ja, sollen wir den... Was ist los bei dir? Der Typ, der wandert da rum. Oben oder unten? Oh, shit. Blau, blau, blau. Oh, überhaupt nicht. Der Psychosentyp? Ja. Ich hab' einen... Entitelt. Obgenommen. Ich hab' genommen. Ich hab' genommen. Ja, ich hab' das noch nur... Ach so, das kann ich nur wechseln. Ne, okay, komm. Hau' raus. Oh, ein... Ich hab' damit... Ich höre wieder das Atmen von so einem Typen. Ja, da ist eine Flasche. Wart, da ist hier diese... Ja. Tsch. Tsch. What is me? Ja. Siehst du die Flasche? Ja, ich sehe die Flasche, ja. Ich nehme Adrenalin. Okay, lass mal. Stimmt, dann müsste das... Müsstest du schneller damit sein. Oh, ja. Hier kommt der. Ja, wir müssen jetzt dahin, wo er langgegangen ist, oder? Okay. Lauf vorbei, lauf vorbei. What? Wer haut mich denn? What? What the fuck? Wer hat mich denn jetzt gehauen? Die... Da ist die so eine. Hier ist nur eine Flasche, oder? Der hat mich gepackt. Äh... Wachst du Hilfe? Ja. Hier ist eine Mine, ne? Ah, eine Flasche ist unten. Ich hab's jetzt, äh... Einmal im Fokus. Hier brauchen wir Korb. Ihr seid nicht in der Nähe, ne? Ja. Ich bring die Flasche von Stahl dazu. Ja, genau. Stahl, bist du unten? Die rennen da gerade. Ja. Nur noch die letzte jetzt. Ja, die letzte... Ich bin unten, aber ich finde diese Flasche nicht unten. Ja, die ist in meine Richtung. Du musst in meine Richtung. Unter mir ungefähr. Noch etwas weiter unter mir. Da ist die. Also wo ich jetzt... Wo ich jetzt hingehe. Weil sie ist, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist. Da ist die. Erst dann, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich bin hier in Bencher. Ein Dokument habe ich auch gefunden. Hörst du? Ich hör nichts. Ja. Kannst du zu mir kommen? Der haut jetzt ab. Komm hier, hier ist eine Co-Op-Aktion. Shit. Shit. Das sind irgendwelche Doppelgänger, ne? Oh, shit. Ich muss hier weg. Warum ist... Ich habe jetzt hier keine... kaum Sicht mehr. Gar nichts. Der wird Driesland. Scheiße. Ey, die machen mich fertig hier. Ah, das ist halt nicht so. Hier sind alle Dokumenten. Sicher. Ja. Gut. Jetzt ist das noch nicht. oh gott ich habe hier null sicht null und der typ ist genau von meiner truhe kann es sein dass hier in manchen bereichen du mit dem nachtsicht auch wenn es alle ist viel weniger sie sonst sollte ja auch der meinung oder ich habe es auch manchmal gehabt also da habe ich den nacht sich aufgesetzt und irgendwie war das so als welchem energie sparmodus mit dem nachtsicht also es war so alles dunkler und so also ich habe wirklich keine energie mehr aber ich habe in manchen bereichen hier hast du irgendwie leben also ich kann noch einmal rumfurzen warte mal wie viel leben habe ich dann kommen wir hier doch hier hatten wir jetzt die flasche aus der energie sparmodus die flasche ist unten die flasche könnten so natürlich serviere die suppe so einen knopf drücken aber alle spiele müssen hier sein dann kriegen die jetzt hab aber und drücken okay jetzt kriegen die hier die bleiche zu essen mit körperteile und hinten geht jetzt so auf oder kommt die mutter rein wir können in die küche in die küche wo müssen wir die ich habe keine sicht was halten wo geht es denn hier raus leute ich bin beim ausgang aber ich kann nichts machen ich bin wie ein 80 jähriger opa wenn ich hier wir können schon mal rein und stahl ich bin drin du musst nur rein du musst nur rein da soll das auto boah ok ey stone b plus was ist das denn was sagt das jetzt mal geht von sprengfallen wischt einmal schaden erhalten achtmal bemitleidenswert ich habe hier abgeschlossen gesammelte dokumente einmal ok durchgeführt einmal feine mit objekten abgelenkt dreimal ich habe auch wieder level ab das hat wieder zwei grüne tickets ich habe doch die ganze zeit auf die frist bekommen ja du mit oben unten da hinten ja irgendwie ich konnte das nicht die frage ist was mache ich jetzt die hier was hat sie jetzt jetzt sofortige nutzung und ramme türen beim rennen auf warte mal wann ist eine stufe 2 alle abgibt der ersten stufe das könnte ich natürlich jetzt machen ich könnte jetzt natürlich beide freischalten also mal ich gucke ich gucke aber noch einmal kurz ist wie ich meine fähigkeit das heilen verbessern kann ob das sich lohnt oder noch nicht das wäre erweiterte dauer verlängere die dauer des heilungseffekts wir kommen ich will wissen was dahinten was dahinten ist ok ah guck mal auf stufe 2 hast du ein erweitertes inventar erweitern inventar auf vier plätze ja tür zerschmetterer zertrümmere verschlossene türen mit nur zwei treffern was brech technik zertrümmern verbraucht zertrümmern verbraucht keine ausdauer mehr tempo boost erhöht die laufgeschwindigkeit reduziert den ausdauer verbrauch beim rennen gibt es noch athlet ist erhöht die maximale ausdauer reduziert den ausdauer verbrauch beim springen und klettern batterie erweiterung die lebensdauer der nacht sich batterie wird verlängert und erhöht die bewegungsgeschwindigkeit beim tragen großer gegenstände also diesen vierten inventarplatz finde ich echt geil muss ich mal ganz ehrlich sagen okay das ist erst was ich machen werde naja das ist eine stufe stufe 2 von dieser apothekerin so ach guck mal hier ist es so eine art youtuber hier ich mag manchmal ein profil eigentlich mal ein anderes sagt das ist so ein älterer typ mit ja so ein mikrofon halt na ja ich bleibe bei meiner hose ich weiß gar nicht kann ich eure profil dinge eigentlich sehen ich glaube nicht mehr ja gut okay dann war es erst mal in folge was war das jetzt neun oder zehn aber was habe ich gesagt habe ich vergessen was mal heute kam 8 folge 8 auf dem kanal müsste auch folge zehn gewesen sein ich sage einfach mal danke fürs zusehen bis zum nächsten mal ciao ciao und Untertitelung. BR 2018